ich habe auch den teleport nutzen sollen um noch mal aufzufüllen oder 210 mal gucken ach wir haben jetzt glaube ich auch gar keinen rüstungshändler oder ich habe auch mein teleport nutzen sollen so eine break bitte weiter geht's freedom guard da war es letztes mal wo man die rüstung kaufen konnte große waffen laden da plus 30 ach guck mal das ist einfach nur verstehe okay schön black is good right so gibt es dann auch hier die waffe des dieses teufels das war auch mal ganz interessant zu wissen so meine defense ist 119 das wird aber auch mal irgendwo reichen um dann hier hier durch zu kommen durch spiel jetzt muss ich nur noch den helden besiegen und dann habe ich es und dann wird mir einfach auch noch das ist hervorragendes gameplay ich hätte noch mal teleport nutzen sollen ich hasse mich das wäre lustig gewesen bin jetzt noch mal da gewesen wäre ich habe kein cash hunderttausend gold 30.000 ich meine ich könnte theoretisch grinden hier wäre es jetzt gar nicht mal so das problem aber ich will es einfach noch zu ende bringen neuer speicherstand und dann feierabend ich will es einfach noch gegen die helden kämpfen obwohl der wird 20 ist auch noch ganz sexy wäre und 1415 ich meine theoretisch könnte ich ja aber das lohnt ich weiß es nicht und wir sind wieder an einem wasserfall du hallo mr held und so ja ich bin ein succubus im moment und als ich dem als ich zu dem helden sprach weil er hält bereits sein schwert auf mich zu richten hier fällt er ankommen ok du stellst dich mir den weg wirst du gegen mich kämpfen du siehst ziemlich selbstbewusst aus und ich werde auch sehr selbstbewusst kämpfen ok und sie natürlich seine seele haben genau und unsere seele können wir nicht leben ok also auf jeden fall reden wir jetzt darüber ob das ist gut was wir da machen ok und wir sind gegen die kämpfen natürlich ja können wir jetzt endlich dankeschön hero appears ok was mache ich mit dem jetzt erstmal erstmal erst mal fett rein drücken da 1033 ach komm einfach nochmal rein damit 816 816 der typ kann ich lange aushalten gegen mich nicht mal getroffen haha lol was für ein endkampf was für ein endkampf und auch der held hat kann es dann nicht mehr aushalten haha doch wie machst du das mit ihm ok sehr schön natürlich haha ich weiß es ist dir in szene aber ganz ehrlich ich i don't care ich kann es eh nicht zeigen ein paar stunden später 20 mal hm er kann es gar nicht bewegen man sagt ähm hä ein mann sagt das nicht er der held er wird sterben wenn er das ist wenn wir jetzt weitermachen hä ich werde nicht aufhören es kommt jetzt zur finalen seelenextraktion es sollte ein fröhlicher tot sein oder er ist tot oder jetzt überlegt sie wen sie als nächstes wenn sie es nächstes nimmt ach so das zeigt einfach nur wie es abschließt sie ist im prinzip zum monster geworden was jetzt alles und jeden durchnimmt schön hervorragend kann ich das wegdrücken ich kann es eigentlich lesen ich meine ich würde sagen danke an alle die hier mitgewirkt haben aber ähm ist schlecht hier juda 53 man kennt ihn man kennt ihn man kennt sie alle man kennt sie alle die davorzeit noch irgendetwas nein okay so auf was soll es jetzt ja okay triangle war doch ein recht schönes spiel ist die das alle inherit records okay und natürlich okay dann save game 6 bitte ob wissen wir in unserem raum zu zeit gehen ab hier okay ich muss das spiel ist mal laden ja Ja, komm schon. Ja. Mein Sadismus-Level ist immer noch auf 8. Wow. Das heißt, ich kann jetzt genau da weitermachen, wo ich vorher auch war. Ach, hab ich noch Geist, Alter. Muss ich mir erst geben lassen. Machen wir das doch kurz. So, hier, das. Die ältere Schwester da ist überhaupt nicht wichtig gewesen oder irgendwas. Egal. Abmarsch. Jetzt kann ich mit allem ein Stat einfach so weitermachen. Nochmal da durchgehen. Hier sind immer auch die Heftchen. What the fuck? Was zum? Ach so. Auch wenn ich wegdrücke, es macht gar keinen Unterschied. Wow. Aber da habe ich irgendwen nicht mitgenommen. Ähm. Ja gut. Hier ist ja so weit so gut. Aber hier fehlt noch ein Boss. Wen soll ich denn da besiegen? Mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Hier drüben fehlen auch noch drei Sachen. Oh. Soll ich mir das echt antun, jetzt nochmal die ganze Runde durchzuspielen? Die zwei Ställe sind ja komplett, aber hier unten fehlt noch was. Puh. Jute Frage. All die Viecher. Ne. Da fehlt auch noch jemand. Ich weiß es. Ich würde sagen, ich beende die ganze Sache jetzt erstmal hier. Falls keine weitere Folge bei mir kommt, bedanke ich mich erst mal fürs Zusehen. Was für ein Spiel. Ich kann nicht mehr. Also dann, wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play und zur nächsten Folge hiervon. Ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall trotzdem. Danke fürs Zusehen an jedem, der es hier durchgehalten hat. Und bis dahin.